Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja beim letzten mal habt ihr gesehen dass mein Holzstapel umgefallen war beziehungsweise die letzten zwei Reihen meines Holzstapels haben sich verabschiedet und ich habe heute ein bisschen Zeit und deshalb werde ich die zwei Reihen mal wieder hin stapeln damit es hier mal wieder ein bisschen ordentlicher aussieht. Ich will auch beziehungsweise immer wieder die 1-2-3-2-3-2-3-5-5-6-7-3-4-5-6-8-3-1,1,2,0.1,2,0,2,0,1.1,2,0,2,0,2,0,4,0,1,0,2,0,2,0,1,0 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, geschafft! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020